Fiskars Power Gear 2 Die in den Markenfarben schwarz und orange designte leichte Baumschere steht hoch in der Gunst der Verbraucher und überzeugt in erster Linie mit einem handlichen Design sowie einer wesentlichen Kraftersparnis dank der Getriebetechnik. Die Astschere von Fiskars gilt vor allem dann als überzeugende Lösung, wenn es um Schneiden von mitteldicken Zweigen geht. Die Power Gear 2 nutzt die Bypass-Technik und qualiziert sich insofern vorrangig zum Schneiden von frischem Holz und jungen Trieben. Der Hersteller weist dezidiert auf die scharfen Klingen hin, die kraftsparendes Arbeiten versprechen. Die Klingen sind antihaft beschichtet, der Schneidekopf lässt sich zum Nachschleifen oder Reinigen auseinanderschrauben. Mit dieser Astschere kannst du Äste bis zu einer Dicke von 38 mm schneiden. Die Schere gehört somit zum mittleren Marktsegment. Positiv ist das ausgesprochen geringe Eigengewicht des Modells zu betonen, das lediglich ein halbes Kilo auf die Waage bringt und daher gut zu handhaben ist.